Ich bin noch ganz aufgeregt, meine Haare stand dann auch noch zu bergen. Ganz knapp sind wir an einer Katastrophe vorbeigeschlittert, schrammtechnisch. Mein lieber Schole, mein lieber Schole. War ich unten im Ort, Tante Elvira-Lade, jetzt liegt der Ortsblech rum. Hab ich gesagt, zu mir selber, also persönlich, nehm schon mit, hab ich auch gemacht, bin ich mit mir d'accord gewesen. Weißt du, der Holm, den ausbeutet, guckt, hab ich festgestellt, das stimmt ja was nicht. Hab ich noch mal guckt, tatsächlich, den der ganze Ort falsch baut, das gibt es ja nicht. Weil in dem Plan ist der Friedhof nördlich, also oben, und bei uns ist es südlich. Und ich habe dann zuerst einmal gedacht, wie kann ich das jetzt praktisch verifiziertechnisch bewahrheiten und so. Ich leh mal den Gruber schon, der schafft ja dort, dann gehst du aufs Tal, der wohnt schon fast auf dem Friedhof. Hau mal her, wo ist der Friedhof? Südlich oder nördlich oder? Und er sagt, klarer Fall, südlich. Das wollte ich wissen. Weil ich kenne mich auch aus, ich bin öfters in seinem Kapuf und dann machen wir eine grundsätzliche Debatte. Dann kommt der Eberhard auch in den Briefträgen. Eberhard auch gerufen, ich sage, Eberhard, setz den auch in eine Frage, sagt er, weißt du los, ist was passiert? Ja, wo ist der Friedhof, südlich oder nördlich? Sagt er, südlich. Ich sage, es reicht, aufgelegt. Guckt, tatsächlich. Die ganze Ortschaft ist ja verkehrt herum gebaut, wie auf dem Plan. Ich sage, Mensch, sind das Schafsägel, was sind die von Blödheit da? Das ist ja unglaublich. Gleich unter angerufen, Bürgermeisterin Elvira hat gesagt, hoch und mal her, der Ort ist falsch gebaut. Hier in den Ortsplan, da ist der Friedhof südlich und in Wirklichkeit nördlich, hat er umgehört. Das ist jetzt egal. Fakt erzählt, keine Einzelheit. Und dann sagt sie, drehe mal den Plan rum, dann passt's, rumdreht. Und ich sage, stimmt. Und dann so Elvira hat gesagt, Mensch, du hast jetzt aber gleich gett. Jetzt hast du aber viel Geld gespart. Was glaubst du, was das kostet, das alles umbauen?